willkommen zurück zu einer neuen folge heute gibt es mal keine technik sondern wir haben uns überlegt wir bringen euch mal auf den aktuellen stand was so die ganzen projekte angeht und zwar waren die letzten wochen ich sage jetzt mal ziemlich stressig und hart und wir sind deswegen kaum dazu gekommen so richtig wieder ins technische zu gehen aber ich habe die hoffnung dass sich das auf jeden fall in den nächsten wochen jetzt wieder ändert und deswegen bringen wir euch heute einfach mal auf den aktuellen stand was euch so erwartet wie der zwischenstand ist wie es weitergeht und 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 ich würde sagen wir gehen das ganze aber der reihenfolge mal durch also vorab die letzten wochen waren so stressig weil es gibt noch ein ich sag jetzt mal neues geheim projekt das soll relativ schnell umgesetzt werden deswegen sind wir da aktuell relativ viel am basteln mehr kann ich dazu noch nicht verraten aber so cool oder renee was hast du definitiv also ich freue mich haben wir vielleicht irgendwas eine kleine einblendung die wir schon mal kurz einblenden können was vielleicht so ein bisschen ich kann mal gucken ob ich was finde also das ganze ist auf jeden fall in kooperation mit marius und meinem kleinen bruder und renä und so weiter eine gemeinschaftssache wir bauen da als team was und vielleicht finden wir irgendeine kleinigkeit die wir da kurz kurz zum kleinen teaser mal einblenden können wenn das geht ich denke schon das ganze denke ich aber sollte irgendwann so mitte ende nächster woche kriegt da darauf jeden fall ein update zu und dann geht das an der stelle auch nämlich relativ schnell immer weiter 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 ja dann ich würde mal fast sagen beliebteste frage von allen ist ja immer wieder wie geht es mit lambo weiter an der stelle kann ich mich nur entschuldigen dass es ein bisschen länger dauert liegt aber zur sekunde einfach daran dass björn mit seiner werkstatt beziehungsweise seiner wie nennt man das fertigung maschinenpark wie auch immer der zieht um und dementsprechend arbeitet der jetzt nur noch alte aufträge ab und macht aktuell nichts neues das wiederum heißt aktuell ist mit dem lambo motor erstmal stillstand das wird auch noch ich sag mal bis mitte april auf jeden fall so sein ich kann froh sein dass es immerhin mit limo motor und so weiter vorangeht aber aktuell ist mit lambo motor auf jeden fall stillstand und ich persönlich habe mir gesagt dass so lange mit dem motor dort stillstand ist ich selber auch an der karosse nicht weitermachen weil das ding ist aktuell einfach komplett rundum wie neu eingepackt in folie egal was ich daran mache es müsste erst mal ausgepackt werden und jeder weiß wenn so etwas erst mal ausgepackt ist dann fängt das an einzustauben dann kannst du es nicht mehr wieder neu einpacken weil dann würde nämlich der ganze lack wieder zerkratzen und somit habe ich mich entschieden das ganze bleibt so lange eingepackt bis ich wirklich den montage fertigen motor bei björn stehen habe und dann habe ich auch wieder so viel motivation um dieses projekt dann wirklich in kürzester zeit mit prio 1 durch zu pushen und fertig zu machen spontan für die nächsten wochen fallen mir dort als video ein wir werden auf jeden fall noch einmal bei björn sein und mit dem thema buxen weitermachen also sobald ist bei ihm wieder von maschinen her geht werden wir auch dort in den alu motor die buxen einsetzen dann geht das ganze weiter wir können auf jeden fall noch mal ein cooles video über thema felgen machen da gibt es ja mittlerweile ein paar sitze für dieses auto und der helge von der firma nightfactor kennt er ja schon aus dem alten video der wollte mal immer vorbeikommen weil der hat nämlich so so und ich sage jetzt mal eine spezielle neuartige dämmung die ein bisschen leichter ist als das was drin ist und wir wollten zusammen einmal den ganzen innenraum einmal neu dämmen so dass das ganze alte zeug rausfliegen kann und ich wieder schön gerade flächen habe um mein alcantara tippe ich da rein zu legen ist es dann nur akustik gedämmt oder auch von wärme empfindlichkeit ich würde jetzt sagen das ist mehr akustik als wärme in dem fall ist es mir ehrlich gesagt fast egal ich persönlich würde bei dem auto die dämmung sogar auslassen geht aber nicht weil wir haben ja diese geraden alcantara teppiche angefertigt und die können natürlich in der unebenen karosse nicht liegen das heißt wir müssen die unebenheiten der dämmung erst mal auslegen und wieder gerade flächen erzeugen und dort diesen akatara teppich rein zu legen welches original übrigens genauso gemacht ist nur dass diese originale dämmstoff den hatten wir in diesem teppich video schon mal gezeigt der ist halt ziemlich ich sag mal dicht und auch teilweise so ein bisschen mit wasser vollgesogen und deswegen halt schon recht schwer ja sonst haben wir ja technisch bereits zu dem auto eigentlich fast alles abgefrühstückt und auch schon vorgestellt da gibt es natürlich noch mal ein paar coole interessante stellen die würde ich allerdings jetzt ungerne vorab schon schon weg nehmen das würde ich einfach lieber machen wenn dann wirklich das auto zum zusammenbau in der garage steht und 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 ja dann gibt es das war jetzt ich sag jetzt mal unser wenn ich das geheime projekt jetzt vorweg nehme war das gerade unser zweites projekt projekt nummer drei dauerbaustelle limo da wird es natürlich immer weiter gehen aktuell motor noch bei björn ihr erinnert euch dran wir haben die buchsen dort eingesetzt da ist björn auch mit hochdruck dran diesen motor noch fertig zu bekommen bevor er final seine maschinen abbaut also dadurch dürfte euch auf jeden fall in den nächsten ein zwei wochen darauf freuen dass es da ein update gibt da werden wir als videos bringen auf jeden fall wie wir das thema buchsen fertig machen das heißt es muss noch gebohrt gehohnt und geplant werden anschließend wird es wie schon immer ein video zur montage von dem motor geben dann könnt ihr euch auf jeden fall noch darauf freuen auf das thema carbon türen die sind ja noch beim lackierer beim chris die sind da glaube ich mittlerweile auch schon fertig fehlte jetzt bisher einfach nur die zeit nach lübeck zu fahren diese abzuholen das wird allerdings auch noch mal höchstgradig interessant weil ich selber sehr gespannt bin wie diese leichten türen später im auto sitzen wie wir die einstellen wie wir die türen zu schmeißen können wie sich das ganze anhört und so weiter und in dem zuge werde ich den leichtbau waren auf jeden fall auch noch mal ein bisschen auf die spitze treiben werde auf jeden fall im innenraum noch mal den teppich hochnehmen darunter liegen nämlich noch ganz viele ganz viele leichen sage ich jetzt mal von von der anfangszeit ich hatte ja anfänglich wirklich das ganze auto voll mit multimedia das heißt da liegen noch alte cd wechsler kabel alte kabel für dvd player ich hatte dvbt drin und 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 das kann natürlich mittlerweile alles raus das heißt wir nehmen definitiv einmal den teppich hoch gucken uns an was man da noch so vielleicht auch gegen alu oder so ersetzen kann und dann wird das ganze wieder zusammengebaut ja ja ein punkt ist noch ich krieg neue ladenluft kühler wir fahren zu der firma wagner nach dessau und gucken uns diese neuen evo 2 competition ladenluft kühler von rs4 an die kommen auf jeden fall in dieses fahrzeug rein das heißt kurz nachdem das auto jetzt wieder zusammengebaut ist geht es direkt mit dem motor auf dem prüfstand wir testen die neuen ladenluft kühler testen ob das mit den buchsen alles hält und da wird es auf jeden fall noch mal jede menge action geben zusätzlich jetzt ganz zum schluss verrate ich noch mal kurz wir bauen aktuell auch ein neues setup das heißt es wird neue krümmer es wird neue turbolader und es wird endlich externe wayscates geben das wird allerdings noch ein bisschen dauern ich würde jetzt mal aus dem bauch heraus sagen zwei drei monate und mehr will ich da auch erstmal nicht zu sagen ja was haben wir noch projekt nummer vier marios golf da sind wir ja aktuell akribisch an dem motor dran der ist jetzt eigentlich auch soweit dass es an die montage geht das heißt dort könnt ihr auf jeden fall in den nächsten wochen darauf freuen dass wir den den vr6 motor zusammenbauen wir werden uns auf jeden fall noch mal mit dem thema kopf und kopfbearbeitung beschäftigen es kommen andere nockenwellen rein es kommt ein neuer turbolader drauf wir werden einen neuen krümmer dafür bauen und es wird neues getriebe geben ja da wird es auf jeden fall auch nicht langweilig werden da haben wir ja bis bis ich glaube die ersten events sind ja so anfang mai mit wörthersee race 1000 ttt und so weiter das heißt das sind mittlerweile auch nur noch drei monate das heißt da müssen wir jetzt langsam auch ordentlich gas geben dass das alles pünktlich zur saison auch fertig wird aber da ist ja der große vorteil der marius ist immer motiviert wenn der das wort schrauben hört ist der zu 100 prozent bei der sache und wird fleißig gas geben dass das auf jeden fall bis zum saisonanfang fertig ist projekt nummer fünf unser viertel meile polo der ich sag jetzt mal ex brutus von don oktan der ruht aktuell auch so ein bisschen liegt einfach daran dass gleiche problem wie mit lambo motor björn aktuell keine zeit hat den r30 bzw r32 motor fertig zu machen der ist zwar schon relativ weit allerdings auch noch nicht so dass man absehbar sehen kann dass dieser wirklich final zusammen ist das heißt dort könnt ihr euch auf jeden fall darauf freuen wir werden in nächsten wochen hierfür auch uns mit dem thema zylinderkopf noch mal beschäftigen bei der firma ng wir wollen auf jeden fall noch die kopfstehbolzen von m 10 auf ml vergrößern und wir machen als nächstes mit der korosse weiter bzw wir haben schon mit der korosse weiter gemacht da erwartet euch auf jeden fall bald ein video wie wir uns mit dem unterboden beschäftigen der braucht nämlich leider noch ein bisschen arbeit und ein bisschen liebe da geht es auf jeden fall als nächstes mit dem unterboden weiter wir haben ein drehgestell gebaut dass wir quasi das ganze auto drehen können und dann geht es da auf jeden fall weiter dass wir nach und nach die korosserie lackier fertig machen dass die endlich zum lackierer kann ich denke mal das ganze wird auch noch so ein zwei drei monate dauern bis das ding dann final endlich beim lackierer steht und dann geht es auch langsam bergauf weil ihr kennt das sicherlich wenn so ein auto erstmal lackiert ist ist man ja auch gleich wieder vollkommen motiviert sowas zusammenzubauen wobei man da sagen muss das ganze war ja schon mal ein auto die ganzen teile sind soweit alle zerlegt gestrahlt gepulvert und so weiter das heißt sobald das ding vom lackierer kommt können wir den eigentlich relativ schnell wieder zum auto zusammenbauen da kann ich soweit schon mal verraten haben wir uns umentschieden wir bauen dort ein r30 turbo nicht mit einem schaltgetriebe ein sondern wir testen dort mal ein dsg getriebe da sollen den dq500 rein und da könnt ihr euch auf jeden fall auf jede menge coole videos freuen weil das wird auf jeden fall noch mal was größeres nicht das getriebe da rein zu bekommen sondern das ganze später zum laufen zu kriegen aber ich bin da guter dinge dass wir das in zusammenarbeit mit der emo black das ist das steuergerät auf jeden fall eben kommen projekt nummer sechs den roller ihr habt bestimmt neulich wieder das witzige video von der messe gesehen wo paulus wir nicht sein lassen konnte und mit dem roller mitten in der halle burnout gemacht hat abends das ganze ist zum glück gerade so noch mal gut gegangen weil die rauch und feine bucke war dann doch relativ stark auf einmal gab auch ein bisschen ärger aber wir haben uns entschuldigt und zum glück ist das ganze noch mal gut gegangen ja der roller ist mittlerweile auch schon nicht mehr hier sondern schon einen schritt weiter der kriegt nämlich noch mal einen upgrade es soll tatsächlich noch mal eine möglichkeit geben wie wir aus dem ding noch mal so drei bis fünf bis mehr rauskriegen und da kriegt er auf jeden fall auch in den nächsten zwei wochen wieder ein upgrade also für alle zweitakt fans und für alle zweirad fans unter uns aufpassen da kommt bald ein interessantes video so jetzt letzte projekt nummer sieben wenn ich mir nicht erzählt habe ist der alte strich 8 den ich noch habe das fahrzeug haben wir noch gar nicht vorgestellt ist leider zur sekunde auch eine reine ruckkarosse die noch lackiert werden muss die ist allerdings schon lackier fertig also die kann theoretisch direkt zum lackierer gehen ja da ist ja bereits von dampen den air ride angefertigt wurden da ist quasi schon ein luftfahrwerk drin was auch sehr gut funktioniert also das hat der mario wirklich so gebaut dass man das ding komplett auf dem boden ablegen kann und auch komplett bis auf serien höhe wieder hochfahren kann ich persönlich wollte dieses projekt eigentlich noch gar nicht vorstellen weil es da definitiv im nächsten ich sag jetzt mal halben jahr wahrscheinlich nicht weitergehen wird weil als erstes wird jetzt definitiv der polo lackiert und danach geht erst der benz zum lackern deswegen habe ich mich da bisher zurückgehalten aber ich habe es etliche male in den kommentaren schon gelesen was dieses projekt eigentlich aktuell so macht und rené findet das ganze auch extrem cool mit dem air ride richtig gut plus dieser felgen kombination die da drauf ist also mal gucken wenn das wetter jetzt ein bisschen besser wird können wir ja das fahrzeug vielleicht einfach mal einfach mal raus rollen und da mal einen kleinen zwischenstand zeigen der ist zwar nicht sonderlich spekakulär aber sieht auf jeden fall so flach auf dem boden cool aus was soll der für eine farbe kriegen weiß der schon egal hauptsache schwarz eigentlich ja praktisch ist nur leider der strich 8 eins der wenigen autos was mir in schwarz nicht gefällt so genau diese ganzen proportionen von dem auto das ganze chrom was da dran ist da ist es bei mir eigentlich so dass ich finde so ein mercedes oldtimer den finde ich immer schöner wenn er entweder silber ist oder irgendeine oldtimer farbert da finde ich einfach ist schwarz das ist zwar so ein bisschen gangster mäßig aber ich habe für dieses auto eine karamell braunfarbene innenausstattung und zu dieser braunen innenausstattung finde ich ist schwarz irgendwie die falsche die falsche außenfarbe was wäre deine favoritenfarbe schwarz wir können ja mal eine kleine abstimmung machen also jeder der das jetzt sieht kann ja mal seinen farbwunsch unten reinschreiben wir gucken mal einfach was die zuschauer sagen würden meine favoritenfarbe wäre silbergrau heißt das von mercedes ich glaube silbergrau 180 heißt die farbe glaube ich das würde ich normalerweise drauf machen das ist auch die die ursprüngliche farbe von dem auto und was haben wir noch ja letzte projekt ktmx pro haben rené und ich in letzten tagen versucht ein video zu machen das hat leider nicht funktioniert weil es ist einfach ein extrem beschissenes autos um videos zu machen weil es ist natürlich tonmäßig katastrophe egal ob mit helm ohne helm es ist einfach extrem schwer da an ton einzufangen ablauf für das auto ist ja noch immer wir wollen den auf jeden fall umbauen und irgendwie so im bereich von 450 500 ps bringen teile liegen auch alle seit drei vier monaten dafür schon bereit das heißt dort werden wir als nächstes erstmal noch dieses eine video nachholen das wird auf jeden fall extremst interessant ganz bisschen vorab schon mal es geht dabei darum um diesen mythos wie viel kostet ein beifahrer da wollen wir mal so in dem auto ein bisschen darauf eingehen und mal ein paar tests machen mit beifahrer ohne beifahrer das ganze kriegt ihr auf jeden fall in den nächsten zwei wochen anschließend müssen wir erstmal ein zwei projekte fertig machen und dann zum frühjahr hin ich würde jetzt mal sagen ende märz reißen wir dann dort einmal fix den motor raus und bauen die geplanten teile ein so dass wir am ende so irgendwo so auf 450 500 ps kommen und dann habe ich persönlich noch den traum ich würde auf das auto gerne hinten ein paar drag felgen drauf machen das heißt irgendwelche kleinen 13 zoll felgen mit so einem fetten ballon slick drauf dass man mit dem auto vielleicht auch mal ein bisschen viertelmeile fahren kann anschließend das wäre noch so mein vorhaben für dieses jahr soll der auch einen spoiler kriegen nein mir persönlich gefällt dieser riesen spoiler hinten drauf nicht weiß ich nicht ich finde es irgendwie nicht so ansprechend ich finde den optisch schon so wie er ist eigentlich fast perfekt natürlich man kann jedes auto immer noch weiter umbauen aber manchmal finde ich auch einfach dass es sachen gibt wie zum beispiel meine limo die kann man nicht besser oder schöner bauen deswegen sollte man manche sachen langsam einfach so lassen wir können vielleicht noch ein bisschen mit folie ein bisschen mit anbauteilen spielen und so weiter ich würde jetzt aber nicht groß anfangen da irgendwelche wilden spoiler dran zu bauen weil da haben wir uns alle geschworen dieses auto soll immer funktionell bleiben das ding wird nie irgendwie so umgebaut dass man sich mehr dafür nutzen kann wie es eigentlich genutzt werden soll das heißt wir wollten ja auch immer damit mal ein bisschen auf der rennstrecke fahren und so weiter deswegen haben wir auch angefangen und haben mal ein paar fahrvideos schon mal mit dem auto geübt damit videos auf rennstrecke am ende dann auch cool werden weil es ist wie gesagt mit dem auto durch den offenen innenraum gar nicht so einfach zu filmen das stimmt jetzt hätte ich beinahe ein projekt vergessen das ist aber auch wirklich dann das letzte wie ihr merkt es sind einige projekte und zwar das ist mein kombi mein b7 den ich ja seit etlichen jahren habe dann nummer 9 nummer 9 genau mittlerweile ist natürlich leider auch wieder ausgeartet ursprünglich war einfach nur der plan auto zu patrick bringen den frischen motor einbauen und das auto einfach wieder ein bisschen fahren mittlerweile habe ich wieder ein bisschen interesse an dem auto bekommen und auch richtig spaß wir haben die krümmer eingepasst als nächstes kümmern wir uns um die ansaugung und abschließend werden wir auf jeden fall mit dem auto noch mal eine leistungsmessung machen und werden mal gucken wie krass der unterschied zwischen feuer und nachhalt viele erklären uns ja für komplett bescheuert dass wir uns den aufwand machen diese krümmer da einzubauen für mich persönlich ist das nicht viel aufwand ich bin ganz andere projekt umfänge gewohnt wo du viel 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 mehr aufwand in manche sachen rein steckt die niemand sieht deswegen für mich ist das okay cool wird nur am ende sein wenn es funktioniert und wenn es dann natürlich auch noch leistung bringt ich habe schon ein paar kommentaren immer so ein bisschen geschrieben das wird keine 50 ps bringen aber wie gesagt dieses auto ist ja ab werk eigentlich komplett zu hoch angegeben mit die 420 ps haben die nie mein auto hatte bei der letzten leistungsmessung bei tidi glaube ich um die 400 ps und wir haben jetzt die hoffnung mit all dem was wir jetzt umbauen dass wir am ende irgendwie so auf 450 vielleicht 460 ps kommen meinst du so viel? ja ich persönlich wäre enttäuscht wenn nicht man darf nicht vergessen der hatte 400 ps mit dem motor der fast 400.000 gelaufen hat ja das stimmt so jetzt frischer motor frisch gereinigt die krümmer dran die ansaugung geändert ich habe noch so ein paar andere kleinigkeiten gesehen die wir auf jeden fall auch noch ändern und so 450, 460 so in dem dreh muss der motor eigentlich danach schaffen wenn das ding gut im futter liegt man muss dazu sagen der rs5 wo die krümmer herkommen hat ja werk schon 450 und laut tilmann erreichen diese autos auch die 450 ps also wir sind da guter dinge das muss einfach was bringen was mich am meisten reizt ist ich bin gespannt inwieweit sich der klang verändert mit diesen neuen 4 in 1 krümmern und diesem 70er zentralrohr vorher hat man ungefähr nur 60 63,5 mm gehabt muss die akustik eigentlich auf jeden fall ein bisschen dumpfer werden und deswegen bin ich gespannt was da am ende bei rauskommt ja genug gequatscht ich hoffe ihr fandet das nicht allzu langweilig jetzt wisst ihr auf jeden fall wie es die nächsten wochen weitergeht bitte entschuldigt dass es in den letzten wochen nicht allzu krass technische videos gab wobei die vr6 videos bei björn ja wieder höchstgradig interessant waren fakt ist es geht jetzt wieder bergauf und es wird auf jeden fall noch geiler ciao ja bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal